Jo Freunde, was geht und damit willkommen zur nächsten Folge von der Motorsport Manager Karriere mit der Formel 1 2022 Mod und heute geht es weiter beim 5. Saisonrennen und zwar in Miami und danach noch in Barcelona. Beim letzten Part konnten wir in Imola 2 Punkte holen. Leclerc echt mit einer klasse Leistung, mit der 1 Stop Strategie, konnte sich eben noch knapp vor die Grassi halten, war echt ein sehr sehr cooles Rennen. Leclerc hat sich ja richtig stark verteidigt vor Esteban Ocon die ganze Zeit, vor Fernando Alonso. Alonso ist ja dann doch gegen Ende nochmal vorbeigezogen, aber doch insgesamt ein sehr solides Rennergebnis und damit sind wir eben aktuell 10. mit Hörter und 12. mit Leclerc in der Fahrerwertung und bei den Konstrukteuren aktuell auf Platz 7 mit 12 Punkten. Also schon ein solider Start in die Saison, Leute. Bin ich sehr gespannt, weil es soll anscheinend hier einen Gewitter geben im Rennen, also könnte durchaus sehr sehr krass werden. Ansonsten beim Motor mittlerweile der neuntbeste, haben wir im letzten Part schon festgestellt. Immerhin vor AlphaTauri mittlerweile dort und ansonsten werden noch einige Teile verbessert. Die Motoren jetzt bei 74 und 75 Prozent. Das passt auf jeden Fall, Leute. Und damit würde ich sagen, legen wir los, starten in das Rennwochenende rein und ich muss mich nochmal mega bei euch bedanken. Die letzten zwei, drei Folgen haben so viele Likes und sowas noch mehr bekommen. Nicht nur über 40, sondern glaube ich mittlerweile über 60 Likes, diese eine Folge. Die vorletzte. Die Folge, wo ich eben in die neue Saison gestartet bin, die ist sowas von krank angekommen, wo wir eben Leclerc geholt haben und alles. Vielen Dank dafür an der Stelle, Leute, für das krasse Feedback. Es sind auch wieder einige neue Abonnenten auf den Kanal gekommen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr den Kanal hier abonniert habt. Ich finde es einfach geil zu sehen, dass es immer mehr Leute werden, die eben sich die Videos hier anschauen. Freut mich echt, Leute. Und bald steht ja eben schon der richtige Formel 1 Manager vor der Tür und eben auch das Formel 1 Spiel. Und das wird schon sehr sehr geil werden, Leute. Das kann ich euch schon versprechen. Das wird bestimmt eine echt geile Zeit dann im Sommer. Da freue ich mich echt schon mega drauf, diese Spiele zu zocken. Wie immer nehmen wir eben bei der Gewichtsreduktion die maximale Leistung mit. Ich denke, ich werde dann einfach den Bonus für die weichen Reifen mitnehmen und ansonsten versuche ich vielleicht die Regenreifen und die Intermidis noch ein bisschen hoch zu bekommen für das Rennen. Das Ende des Trainings, Leclerc mit einem super Setup, alles im lila Bereich. Ansonsten konnten wir auch die beiden Reifensätze, also Regenreifen und die weichen Reifen eben im lila Bereich abschließen. Im Qualifying nehme ich natürlich wie immer den Bonus für die sehr weichen Reifen und den Qualifying Trim mit. Und damit, Leute, würde ich sagen, legen wir los, mal schauen, ob wir eben die nächste Session erreichen werden. Bei Hurta nehme ich das 95% Setup, dürfte passen. Acht Minuten Zeit, das heißt, wir dürften eigentlich locker diesmal zwei Runden auf jeden Fall hinbekommen im Qualifying, weil die Strecke ist ja relativ kurz hier in Miami. Nach der ersten Runde 1,7 Sekunden hinter dem ersten und zwar die Grassi überraschenderweise vor beiden Mercedes. Sehr sehr krass, aber sieht gar nicht schlecht aus. Wir sind sogar vor Science, der wahrscheinlich mit einer schwachen Runde, aber trotzdem halbe Sekunde vor Zunoda. Mittlerweile leider nur noch auf Platz 15 und 19. Heißt, wir schicke beide Fahrer auf jeden Fall nochmal raus. Leclerc gerade auch mit einer extrem schlechten Form 1,4. Also schlechter geht es gefühlt kaum. Sehr sehr schade. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, also könnt ihr auch gerne nochmal reinschreiben. Falls es noch niemand reingeschrieben hat von der letzten Folge eben mit der Moral, warum die eben so gering ist von Leclerc und von Hurta und eben warum die Form so schlecht ist, ob man da irgendwas beeinflussen kann. Wäre auf jeden Fall gut zu wissen. Okay, zweite Runde. Leclerc ist sogar mittlerweile draußen aus Q2 leider. Dreizehntel eben hinter Orcon. Und ich glaube, es wird keine Verbesserung. Beide Sektoren langsamer. Und damit bleiben wir auf Platz 16 und mit Hurta wahrscheinlich auf Platz 19. Ja, tatsächlich. Sehr sehr schwaches Qualifying mal wieder leider. Nicht mal in Q2 weiter. Am Ende vom Qualifying ist Esteban Orcon auf Pole. Alles klar, was ist das denn? Mega Überraschung. Anscheinend hat es hier im Qualifying auch schon mies geregnet. Schade eigentlich für uns. Ich denke, wenn wir Glück gehabt hätten, wären wir safe in Q2 gekommen. In Q2 hat es ja auch schon geregnet und damit hätten wir es vielleicht in Q3 geschafft. Und damit hätten wir vielleicht sogar eben die erste Startreihe schaffen können. Weil die Zeit von 1.16.8, damit wären wir sogar schneller gewesen in der ersten Session. Ey, so schade. Hätte Leclerc weiter geschafft in Q2, hätten wir vielleicht sogar eben die Pole bekommen können. Oder mindestens mal Platz 3 wäre, glaube ich, safe drin gewesen. Weil der Abstand von Alban auf Verstappen sind einfach mal über 6 Sekunden. Ach Gott, Leute. So schade. Das wäre safe die zweite Startreihe gewesen. Aber mal schauen, wie das Regenrennen wird. Das könnte auch noch sehr, sehr geil werden. Der Start aber erstmal im Trockenen. Die wollen uns doch echt verarschen, Leute. Wir haben extra den Bonus für Regenreifen und alles. Aber es fängt erst so ab Runde 20 an zu regnen. Also gefühlt nur so maximal 9 Runden werden wir sowieso mit den Regenreifen fahren. Eine Ahnung, man könnte es vielleicht versuchen, ohne Stop bis zum Regen zu warten. Aber dann müsste man halt schon mit den härtesten Reifen starten. Und das wäre halt nicht ganz so optimal. Ich versuche es aber, glaube ich, trotzdem. Mit Leclerc zumindest mal das Ganze. Leider eben nicht den Bonus für die harten Reifen. Weil das wäre echt jetzt sehr, sehr wichtig. Aber habe ich leider nicht mitgenommen bei Hörter. Mache ich einfach das andere. Starte mit den Soft. Hörter von Platz 19. Der Start war ganz in Ordnung. Leclerc mit Platz 16 nach wie vor. Colton Hörter auf Platz 19. Oh, was macht denn Hörter? Der fährt ja komplett raus, Leute. Ach, Katastrophenstart hier. Einfach 5 Sekunden verloren. Dauernd war Leclerc derjenige, der Fehler gemacht hat. Jetzt plötzlich Hörter am Start komplett rausgefahren. Ja, perfekt. Leclerc immer noch 16. Ich gehe schon mal auf Konservativ, damit er schön die Reifen schonen kann. Alonso ist einfach mal 1. Bottas 2. Albon 3. Alles klar, Leute. Das wäre eigentlich so ein Rennwochenende gewesen, wo wir locker in die Punkte hätten fahren können bei so einem Chaoswetter. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Glück mit der Strategie mit Regen. Aber mal schauen, was am Ende so geht. Ja, perfekt. Wir verlieren leider den Platz. Damit auf Platz 17 nur noch hinter Latifi zurückgefallen. Und Hörter kommt dem Feld kaum hinterher, leider. Der Regen fängt ja direkt richtig stark an, sehen wir gerade. Und zwar so Runde 16, 17, 18 ungefähr in dem Zeitraum. Und dann schüttelt es ja komplett. Heißt, mit Leclerc dürfte die Strategie eigentlich ganz gut sein. Mal schauen, ob die Reifen so gut halten. Bisher das einzige Problem leider wie immer die Temperaturen bei den Reifen. Leclerc jetzt wieder auf Platz 17 nach vorne gekommen. An Latifi vorbei. Sehr schön. Hörter hat endlich auch gleich wieder den Anschluss. Und der übrigens mit dem Sieg beim letzten Indica-Rennen, und zwar in Indianapolis, bei dem Straßenkurs. Das hat er richtig geil gemacht. Da gab es auch ein extremes Regenchaos. Sehr, sehr viele Boxenstops, viele Unterbrechungen. Und Hörter hat das Ganze eben gewonnen. Und Leclerc pace-mäßig auch nicht schlecht unterwegs. Bin mal gespannt, was solche Leute wie Ju und Gasly machen werden strategisch. Ob die auch eben das Gleiche versuchen wie wir, bis zum Regen zu warten. Jetzt zieht Hörter endlich mal an Zunoda vorbei. Sehr schön. Damit immerhin 19. Mal. Aber der muss ja sogar noch einen Stopp mehr machen. Das ist halt das Problem. Leclerc auf Platz 17 hinter Ju die ganze Zeit schon. Ich denke, Stroll und Vettel werden auf jeden Fall einen Stopp mehr machen als wir. Ey, das kann nicht wahr sein. Latifi zieht jetzt vorbei, weil die Grassi vorbeigezogen ist. Das wird auch interessant. Aber ich denke, wir fahren gleich. Oh, Leclerc kommt wieder vorbei. Jetzt doch wieder Latifi vorne. Komm schon, setz dich durch. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Jetzt fahren die wirklich nebeneinander. Komm, Leclerc, bleib endlich mal vorne. Ey, Albon war in der Box und kommt vor uns raus. Mit Hörter fahre ich, denke ich mal, jetzt in die Boxengasse mal rein. Am Ende auf Platz 20 haben aber doch durch den Stopp so 10 Sekunden verloren. Boah, die Reifen von Leclerc schon wieder relativ kritisch. 42 Prozent. Ich muss bestimmt noch circa vier Runden hier aufhalten. Jetzt fahren aber schon einige mit harten Reifen auch rein, wie Ju. Das heißt, die dürften vielleicht einen Stopp zusätzlich machen. Und das ist auf jeden Fall unser Vorteil. Intermediates ist bestimmt noch zu früh. Genau, die fahren alle auf Soft. Leclerc leider jetzt nicht allzu schnell, aber kein Problem. Passt schon, Leute. Wir wechseln dann einfach mal direkt auf die Full Reds, würde ich sagen. Jetzt halt leider die Reifen von Leclerc die ganze Zeit sehr, sehr kalt. Jetzt kommt hier der Erste vorbei, Vettel. Und Orkorn zieht auch fast vorbei. Jetzt mittlerweile Runde 17. Ich denke, am Ende von Runde 18 werde ich in die Boxengasse fahren. Oder vielleicht am Ende von der Runde schon. Könnte man sich auch überlegen. Aber ich glaube, das wäre noch ein Ticken zu früh. Die Grassi und Peres waren aber schon in der Boxengasse. Peres auf Full Reds, die Grassi auf Intermediates. Aber ich glaube, das ist noch eine Runde zu früh. Ich gehe jetzt mit Leclerc auf jeden Fall mal auf Angreifen. Er fährt dann am Ende der Runde direkt mal auf Full Reds, würde ich sagen. Und damit haben wir auch schön den Bonus auf den Full Reds. Das dürfte passen. Also mal schauen, wie die Pace sich entwickelt. Aktuell Elfter. Wäre geil, wenn eben Punkte drin sind. Wird aber doch relativ schwierig. Peres dürfte jetzt ultra langsam sein. Genau, auf den Full Reds viel zu früh natürlich erstmal. Eine Runde zu früh vom Mexikaner. Aber jetzt fahre ich auf jeden Fall auch rein. Ja, wir ziehen locker an Peres vorbei. Ganz entspannte Sache, Leute. Und jetzt sollte jeden Moment der Regen einsetzen. Ich glaube, mit Hörter gehe ich aber eine Runde später sogar rein. Komm, das dürfte passen. Bei Leclerc war es halt das Problem, dass die Reifen schon allgemein relativ kaputt waren. Und Hörter kann auch eine Runde durchziehen und danach eben in die Box gehen. So, jetzt geht's los, Leute. Leclerc war in der Boxengasse. Jetzt fängt es an zu regnen. Okay, das Timing war ganz solide. Jetzt kommt aber leider irgendwie schon Latifi vorbei. Der ist noch auf Soft. Okay, das macht Sinn. Weil die natürlich noch ein bisschen schneller sind. Die Regenreifen halten circa 15 Runden. Das heißt, wir dürften schon relativ viel pushen mit den Reifen, denke ich mal. Und damit gehen wir in die Boxengasse mit Colton Hörter. Mal schauen. Jetzt wechselt auf jeden Fall jeder auf die Full Reds. Sehr schön. Leclerc auf P19. Relativ weit hinten kommt mir das irgendwie vor. Ja, tatsächlich, ey. Die eine Runde, das war auf jeden Fall zu früh. Weil Leclerc kommt dort raus, wo Hörter ist. Und Hörter hatte sogar noch einen Fehler beim Boxenstopp. Das heißt, wir haben locker 6-7 Sekunden verloren, glaube ich. Davor waren wir ja Elfter, so bei Vettel, Albon ungefähr. Und jetzt sind wir leider nur 15. Also eine Runde zu früh leider in der Box gewesen, Leute. Das heißt, das war's dann wahrscheinlich mit dem Rennen. Keine Punkte möglich. Sehr, sehr schade. Die Pace aber gar nicht mal so schlecht. Beide an Orkon vorbeigezogen. Hörter jetzt auch. Leclerc schon sehr weit vorne. Ich glaube, an sich wäre die Pace im Regen gar nicht schlecht gewesen. Wir wären bestimmt so auf Platz 11 oder sogar Platz 10 ungefähr bei die Grassi Albon. So in dem Bereich. Wir sind nur noch 3 Sekunden hinter Albon. Also wir haben die schon gut eingeholt, die ganzen Leute. Sehr, sehr schade. Im Nachhinein betrachtet wäre bestimmt so Platz 11 drin gewesen. Aber ich denke trotzdem keine Punkte. Klar, mit einem besseren Qualifying wären bestimmt Punkte drin gewesen. Aber so hätte es, glaube ich, leider auch nicht gereicht. Auf der Strecke, beim Rennen an sich. Weil eben die Abstände vom Qualifying schon zu groß waren. Sehr, sehr schade. Aber die Pace auf den Regenreifen echt richtig stark. Wir sind einfach schon fast auf Platz 12, Platz 11. Nur paar Sekunden dahinter. Sehr schade, Leute. Platz 15 und 16 am Ende. Leider keine Punkte geholt. Und die Moral von Leclerc wird wahrscheinlich gleich noch weiter sinken. Die Moral leider noch mehr gesunken auf 10%. Alles klar. Und die Fahrerform auch extrem schlecht leider. Nur 1% bei Leclerc. Keine Ahnung warum, aber wir sehen, die Form wird irgendwie jedes Mal niedriger. Je mehr Rennen wir fahren. Das Rennen hat übrigens Hamilton gewonnen. Vor Russell, vor Verstappen, Alonso auf Platz 4. Und der neue Motor wurde auch fertiggestellt. Sehr nice. Das ist eben jetzt der hier mit Blau. Der wird natürlich erstmal schön verbessert, Leute. Und dann kann man direkt mal reingehen in den nächsten Motor. Und der wird schon ziemlich stark. Höchstgeschwindigkeit plus 55. Sehr geile Sache. Ansonsten das hier. Plus 20, plus 30. Und dann auch das hier, würde ich sagen. Das passt dann, Leute. Sieht doch sehr, sehr stark aus, der Motor. 1425, wenn wir den eben fertiggestellt haben. Der Motor wurde schon sehr stark verbessert. Sogar ein bisschen zu viel vielleicht bei der Zuverlässigkeit. Aber egal, dürfte passen. Damit doch nur noch der 10. beste Motor leider, komischerweise. Die anderen Teams haben anscheinend auch Fortschritte gemacht. Alfa Tauri. Als nächstes könnte ich eigentlich die Teststrecke mal ausbauen. Für die Motorenentwicklung. Ich würde sagen, ich mache das einfach mal. 35 Millionen dauert sowieso sehr lange. Und jetzt geht es rein nach Barcelona. Insgesamt 27 Runden. Wir werden höchstwahrscheinlich wieder mit einem Stop fahren. Und zwar mit den weichen Reifen und eben den sehr weichen Reifen. Weil genau dort ist eben auch der Motor von Leclerc besser. Ich habe eben diesen Motor eingebaut, der diese Eigenschaft hat. Also mit den weichen Reifen sind wir quasi eben ein bisschen schneller. Am Ende des Trainings haben wir Stufe 3 bei den sehr weichen Reifen geschafft. Und eben auch bei den weichen Reifen. Mal schauen, wie es am Ende pacemäßig aussieht. Wir fürchten aber leider mal wieder Schlimmes hier bei dem Rennen. Immerhin ist die Form bei der Fahrer ein bisschen besser geworden. Leclerc wenigstens mit einer 5,9. Statt der 1,4 von letzten Wochenende. Das heißt, er sollte auf jeden Fall ein bisschen besser sein hier. Leider jetzt bei der Qualifying Runde extrem viele Leute im Weg. Leclerc mit der McLaren und die eben beide noch vor Leclerc. Mal schauen. Ich denke, die erste Runde wird nicht so extrem schnell. Fährt auch noch neben Hörter. Mal schauen, wie groß die Abstände sein werden. Okay, 1,9 auf die Grassi. Der komischerweise sogar besser als Sainz aktuell. Nach der ersten Runde Leclerc auf Platz 15. Heißt, er wäre weiter in der nächsten Session. Aber sehr knapp. Nur ein paar Tausendstel vor Pierre Gasly. Jetzt schicke ich die beiden Fahrer nochmal raus. Jetzt die zweite Runde im Qualifying. Ich hoffe, Gasly kann sich nicht mehr verbessern. Der erste Sektor von Gasly schon mal keine Verbesserung. Der zweite ebenfalls. Das heißt, wir sollten eigentlich weiterkommen in Q2. Leclerc ohne Verbesserung. Gasly auch keine. Und damit sind wir mit Platz 15 immerhin weiter. Aber Hörter leider auf Platz 20. Extrem schwache Leistung. Einfach mal letzter. Jetzt in Q2 die erste Runde. Ich bin gespannt, wo Leclerc am Ende landet. Der Mercedes kommt leider hier einfach vorbei. Hat hier einfach mal den Qualifying uns überholt. Die erste Runde war echt, glaube ich, mega schlecht. 2,8 Sekunden hinter dem ersten. Ja, am Ende 9 Zehntel Rückstand auf Platz 14. Ich denke, wir werden höchstwahrscheinlich 15. Die zweite Runde von Leclerc bringt auch, glaube ich, keine Verbesserung. Oder wobei, 3 Zehntel nochmal rausgeholt. Aber bringt leider nichts mehr. Damit Platz 15 und 20 nach dem Qualifying. Also das Auto muss auf jeden Fall nach wie vor noch deutlich verbessert werden. Überrascht mich echt, dass irgendwie die drei Teile, wo wir sehr weit vorne dabei sind, irgendwie doch nicht so einen großen Unterschied ausmachen. Anscheinend sind da woanders die Rückstände deutlich größer. Verstappen am Ende auf Pole. Hamilton 2. Perez 3. Di Grassi auf Platz 4. Fährt sogar ganz solide. Relativ häufig sogar vor Science mittlerweile. Jetzt legen wir los mit dem Rennen. Wir starten eben, wie schon gesagt, mit den gelben, mit den weichen Reifen. Das dürfte passen. Ein Stopp-Strategie. Versuche eben die Ein Stopp-Strategie durchzuziehen. Ich hoffe, das klappt auch so, wie ich mir das Ganze vorstelle. Damit geht das Rennen los in Barcelona. Leclerc auf Platz 15. Mal schauen, ob Punkte drin sind. Wird aber leider sehr, sehr schwierig. Aber mal schauen. Leclerc schon mal mit einem guten Start. Platz 14. Wenigstens eine Position hier gut gemacht. Ich gehe direkt mal runter auf neutral. Weil es muss eben passen mit dem Ein Stopp. Leclerc gerade neben Joux. Sehr schön. Kommen jetzt vielleicht mit Überholmodus den Platz sichern. Die starten übrigens alle mit den harten Reifen sogar. Heißt, wir müssen auf jeden Fall am besten vor dieser ganzen Gruppe sein. Weil die höchstwahrscheinlich eben auch nur einen Stopp machen werden. Das kann doch nicht sein, als ob der Alpha Tauri wirklich besser ist. Ich dachte, wir wären auf einem Niveau mit Alpha Tauri mittlerweile. Das stand doch, glaube ich mal. Die anderen Leute ziehen auch alle vorbei. Gasly und Joux zieht auch fast vorbei. Das wundert mich echt stark, dass wir mit den besseren... Das wundert mich echt, dass wir mit den weicheren Reifen trotzdem langsamer sind. Als diese ganzen Leute. Obwohl das Auto von uns eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so schlecht sein sollte. Ja, Joux ist auch vorbeigezogen im Alfa Romeo. Sehr, sehr komisch. Lance Stroll sieht auch vorbei. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Leclerc echt extrem langsam. Selbst Hörter ist fast die ganze Zeit hintereinander. Obwohl wir schon in Runde 5 sind in Qualifying. Weil Leclerc deutlich besser als Hörter. Aber jetzt hier im Rennen scheint Leclerc sehr schwach zu sein. Pierre Gassi war schon das erste Mal in der Boxengasse. Ist einfach schon vorbeigezogen an uns. Sehr, sehr verrückt. Also unsere Pace anscheinend leider wieder sehr, sehr schwach. Ich fahre in die Box dann so in Runde 15, 16 ungefähr. Ich würde sagen, ich fahre mit beiden Fahrern am Ende von der Runde in die Boxengasse. Dann eben auf die weichen Reifen. Aber wenn da noch irgendwie Punkte drin sein sollten, das gleicht schon ein Wunder. Also ich denke, es wird leider eben nichts mehr. Ah nein. Ich habe vergessen, beide Fahrer in die Box zu holen, Leute. Perfekt. Kompletter Fail einfach mal. Aber egal. Es sind sowieso wahrscheinlich leider keine Punkte heute mehr drin. Ich dachte, ein guter Fahrer wie Leclerc würde uns locker viel näher an die Punkte bringen. Aber so viel besser ist der irgendwie doch nicht. Klar, besser als Hörter schon. Aber irgendwie ist gefühlt das Auto von der Saison noch schlechter als das von letztem Jahr. Weil Hörter konnte sonst immer so auf Platz 13, 14 fahren. Dort, wo Leclerc immer rumfährt. Und Mick Schumacher war eigentlich immer dort, wo Hörter aktuell rumfährt. Also eigentlich ist das Auto gefühlt sogar noch schlechter, obwohl wir näher dran sind. Sehr, sehr komisch. Macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, weil das Auto sollte ja ein bisschen besser geworden sein von der Saison davor auf diese. Fängt anscheinend an zu regnen hier gegen Rennende. Aber ich denke, noch ein bisschen zu wenig Regen für die Intermediates. Also ich bleibe einfach mal auf den Reifen drauf. Dürfte eigentlich passen mit den Soft bis zum Rennende. Aber unsere Pace sehr, sehr schwach leider. Oh, da hat Bottas einen Unfall gerade. Gelbe Flagge. Valtteri Bottas. Boah, das Auto komplett hier in der Mauer. Aber aktuell auf Platz 14. Es wird sich aber nichts mehr verändern leider. Damit in der heutigen Folge leider wieder keine Punkte geholt. Sehr, sehr schade. Ich dachte, echt, da wäre mehr drin gewesen. Aber im Endeffekt leider wieder sehr, sehr schwache Leistungen. Wir müssen echt unser Auto mal deutlich verbessern. Es geht halt leider immer relativ langsam voran, bis der neue Motor entwickelt wird und alles. Das dauert halt echt immer seine Zeit. Ja, schade. 14. und 18. Gewonnen hat Verstappen vor Perez. Hamilton auf Platz 3. Die Moral leider wie immer ein bisschen gesunken. Ansonsten der Teamchef Gene Haas auch nicht wirklich zufrieden. Wir haben hier eigentlich Platz 8 als Ziel ausgewählt. Bei den Konstrukteuren immerhin noch vor Aston Martin auf Platz 7. Das nächste Rennen findet dann in Monaco statt. Ansonsten hier nochmal kurz die Fortschritte. Das zweitbeste Team bei den Bremsen nach wie vor. Beim Frontflügel leider nur noch das drittbeste Auto. Und beim Heckflügel das zweitbeste. Beim Motor, wie gesagt, eben nur noch der schlechteste, komischerweise. Sehr, sehr schade. Ich muss echt mal irgendwelche Verbesserungen nochmal machen. Die Motoren dauern halt echt mega lange. 13 Tage. Bis der nächste endlich mal fertig wird, Leute. Damit würde ich aber sagen, war es das mit der heutigen Folge. Lasst gerne wie immer nochmal ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Also Leute, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Heute leider ohne Punkte. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.